Intelligent Drive Intelligent Drive heißt für uns, den Fahrer in seinen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. Für den größten Komfort, für die höchste Sicherheit. Unsere kombinierten Fahrerassistenzsysteme sind in der Lage, komplexe Verkehrssituationen zu analysieren und haben ein Verständnis dafür mittlerweile, was zu tun ist. Unsere Autos können sehen und noch viel mehr. Sie können in kritischen Verkehrssituationen, wenn der Fahrer zu spät reagiert, selbstständig Kollisionen verhindern. Schon immer war unsere S-Klasse die Speerspitze für den Fortschritt. Alle wichtigen Innovationen, insbesondere Sicherheitstechnologie, fanden ihren Eingang zunächst in der S-Klasse bei Mercedes-Benz. Von der Einführung der Knautschzone über ABS, Airbags, ESP und Sidebags bis zu Pre-Safe und eine Vielzahl von Assistenten. Auch unsere neue S-Klasse wird wieder Maßstäbe setzen. Uns ist wichtig, dass unsere späteren Kunden die Systeme, die wir erfinden, annehmen und verstehen. Und dafür tragen wir einen großen Aufwand. Wir benutzen unseren Fahrsimulator, um in Studien unsere Systeme ausprobieren zu lassen von ganz normalen Fahrern. Und das gibt uns guten Aufschluss darüber, wie unsere Systeme funktionieren. Zum Beispiel die neue Ausbaustufe der Pre-Safe-Bremse. Sie erkennt erstmals auch Fußgänger und kann eine autonome Bremsung einleiten im unteren Geschwindigkeitsbereich. Aber auch über 50 kmh kann sie so die Kollision mit dem Fußgänger verhindern. Sie kann auch eine Kollision vermeiden mit einem stehenden Fahrzeug. Entscheidend ist, dass die S-Klasse ihr Umfeld immer besser erkennen kann. Dazu muss sie nicht nur nach vorne eine saure Erfassung haben, sondern einen 360-Grad-Rundumblick über verschiedene Sensoren. Ein großer Schritt war dabei die Einführung der Stereokamera und die Erweiterung der Radarsensorik. Erstmals haben wir auch ein Multimodradar hinten mit einer Reichweite von 80 Metern. Hinzu kommen für das Parken zwölf Ultraschallsensoren und vier Kameras für ein 360-Grad-Rundumblick. Daten verschiedener Sensoren werden in den entsprechenden Steuergeräten fusioniert, was die Basis für alle unsere Innovationen darstellt. Eine enorme Entlastung bietet die neue Distronic Plus mit dem Lenkassistent. Das Fahrzeug unterstützt den Fahrer in seiner Spurführung und in einer Stau-Situation fährt das Fahrzeug dem vorausfahrenden Fahrzeug autonom hinterher. Auch bei der passiven Sicherheit, gerade im Fonds, wird die S-Klasse Neuland betreten. Wir führen das aktive Gottschloss ein und den Beltback. Ein Novum ist die neue energieeffiziente LED-Technik. Als erstes Fahrzeug in der Welt kommt die neue S-Klasse komplett ohne Glühlampe aus. Auch dem menschlichen Auge bieten wir mehr Unterstützung denn je mit dem neuen Nachtsichtassistent und dem adaptiven Fernlichtassistent Plus. Intelligent Drive fasst all das zusammen, woran wir in den letzten Jahren gearbeitet haben. Das ist ein großer Schritt für uns, unsere Fahrzeuge und ganz sicher auch für unsere Kunden. Ein Schritt auf dem Weg zum unfallfreien Fahren. Das ist ein großer Schritt für uns, unsere Fahrzeuge und ganz sicher auch für unsere Fahrzeuge.